Herzlich Willkommen in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Floridsdorf. Über den Gang haben wir hier rechts einen Abstellraum, WC und Badezimmer, kommen direkt in ein geräumiges Wohnzimmer mit Blick und Zugang auf eine große Lodge an. Gleich daneben auf der rechten Seite eine voll ausgestattete Küche. Der Bau ist aus den 70er Jahren. Hier vis-à-vis sehen wir ins Badezimmer. Und gehen dann den Gang rechts entlang, weiter zu den beiden anderen Zimmern. Ein kleineres, hier momentan noch mit einem Einbaukasten ausgestattet. Und daneben ein größeres Zimmer, alle mit direktem Blick auf die Straße. Es handelt sich um eine recht ruhige Einbahnstraße, nur zwei Seitengassen entfernt vom Floridsdorfer Spitz.